Hallo zusammen, ich bin Schach-Großmeisterin Melanie Ohme. Seit ich Schach spielen kann, habe ich ehrlich gesagt eine kleine Abneigung gegenüber Eröffnungstraining, weil ich das auswendig Lernen von Varianten eher langweilig finde. Von Chess24 war ich aber sofort begeistert, weil hier unzählige Eröffnungen von starken Großmeistern kompetent und vor allen Dingen auch unterhaltsam kommentiert werden. Ich selbst habe auch ein paar Videos aufgenommen, die ihr online bei Chess24 abrufen könnt. Neben zahlreichen Videos hat Chess24 aber auch noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel eine Spielzone, auf der ihr jederzeit gegen Gegner aus aller Welt antreten könnt. Und einen Taktiktrainer, der euch mit an eure Spielstärke angepassten Aufgaben versorgt. Auf der Newsseite könnt ihr euch über aktuell stattfindende Turniere informieren. Und die dazugehörigen Partien könnt ihr ebenfalls live bei Chess24 verfolgen. Ich bin mir sicher, dass euch das Angebot von Chess24 genauso überzeugt wie mich und freue mich deswegen sehr, euch bald bei Chess24 begrüßen zu dürfen. Dazwwnd Dazwwnd Dazwwnd